Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Red Dead Redemption 2. Das letzte Mal sind wir hier in der Großstadt Saint-Denis angekommen und wir haben herausgefunden, dass Angelo Bronte sich hier in der Nähe gleich auffällt und bei ihm soll ja der kleine Jack sein. Bevor wir jetzt aber mit der Geschichte weitermachen, werfen wir mal einen Blick auf die Karte, denn wir sehen hier in Saint-Denis gibt es auch schon viele fremde Personen, denen wir noch begegnen können und wir sind ja auch letztens in den Saloon reingestolpert, voll mit diesen gehobenen Snobs und damit wir einfach nicht zu sehr auffallen, würde ich glaube ich als nächstes auch erstmal zum Friseur gehen, Arthur dann doch nochmal ein bisschen auffrischen und dann kümmern wir uns erstmal um die fremden Personen. und gehen dann anschließend zu Dutch da drüben hin. Also das ist erstmal so der nächste Plan, den ich so habe. Einfach nur, ja, wir müssen ja nicht zu sehr auffallen und aktuell mit unserem Revolverhelden Mountain Man Look, denke ich, würden wir das dann doch noch zu sehr. Von dem her schauen wir dann einfach mal, was auf uns zukommt. Aber es ist schon krass belebt hier in der Stadt. Meine Güte. Oh, da ist einer auf der Flucht. Die Verpflichtung. Oh, Herr! Die Verpflichtung wird dir bezahlen! Die Verpflichtung. Die Verpflichtung. Das ist wie ein Verpflichtung ein Problem löst. Okay. Das ist das, was ich für ein ein ziemliches Tag der Arbeit. Was zur Hölle passiert? Die Verpflichtung. Die Verpflichtung. Die Verpflichtung. Okay. Interessant. Ja gut, mit den Dieben hier in der Stadt haben wir auch schon Kontakt gehabt. So ist das halt in der Großstadt. Ganz viele Menschen auf einem Haufen. Da wir Menschen einfach schreckliche Kreaturen sind, ist das nicht so angenehm. Vorsicht. Vielleicht sollten wir auch nicht zu sehr mit dem Pferd hier die Straßen entlang reiten. Ein Buch für Glück. Ein Buch für die Wahrheit. Ein Buch für die Zukunft. Mein Buch. Mein Buch über den Weg zum Eternel Glückwunsch. Geld. Seid rich. Herr, Frau, mach etwas von euch. Ich liebe dich und ich will dich glücklich machen. Hey, Mister. Hallo, Freund. Willst du rich sein? Klar, ich nehme einen. Das wird 50 Dollar. 50 Dollar für ein Buch? Und günstig an der Preis. Du lernst das und du willst mir 100 mehr geben. 50 Dollar für ein Buch? Da steht sicher nur drin. Verkaufe Bücher für 50 Dollar und du verdienst dir eine goldene Nase damit. Ich glaube, Arthur wäre nicht so naiv und würde darauf reinfallen. Vergiss es. Well, du hast verloren, Freund. Ich meine, wir hätten das Geld und mich würde auch wirklich interessieren, was da drin steht. Aber wir sind hier in der Haut von Arthur und das fühlt sich dann irgendwie nicht so richtig an. Hallo. So, schauen wir mal. Also ich finde, der Look sieht super aus. Längere Haare, der Bart steht ihm sehr gut. Aber jetzt einfach nur, damit wir nicht zu sehr auffallen hier in der Gegend. Schauen wir mal, was es für Frisuren hier erstmal gibt. Gut, das wäre, wenn wir die Pomade benutzen würden. Wir könnten den Seitenscheitel auch umdrehen, auf links und ihn dann schneiden lassen. Ja, sieht ein bisschen ungewohnt aus. Wir hätten auch einen Mittelscheitel. Wir sehen auch, dass wir in der Maximallänge von sieben uns gerade befinden. Das sieht auch okay aus. Genau, den Seitenscheitel rechts, das ist ein Standardlook. Ich glaube, in einer Länge von drei oder so haben wir ihn kennengelernt. Vielleicht sogar zwei. Zurückkämmt. Sehr gepflegt. Oh, kurz. Kann man wirklich so einen Militärschnitt machen oder ihm halt auch eine Glatze verpassen. Ich würde sagen, wir bleiben bei seinem Seitenscheitel rechts und gehen einfach wieder auf eine Länge von zwei runter. Also, so wie wir ihn kennengelernt haben. Und wie sieht das beim Bad aus? Das würde mich jetzt auch interessieren. Ja, wir können ihn glatt rasieren. Ja, schick, schick. Abstehende Kabelfahrt. Engländer. Ja, sieht aus wie Lemmy. Auch sehr cool. Und ihr seht, wir hängen hier bei einer maximalen Länge fest. Das würde natürlich anders aussehen, wenn der Bart noch kräftiger wäre. Aber, uh. So ein Wolverine-Bart. Also, es sieht alles sehr cool aus, was es hier gibt. Das auf jeden Fall. Aber so zum Charakter von Arthur passt das meiner Meinung nach nicht so sehr. Ich würde einfach sagen, wir schneiden den, trimmen den nochmal ein bisschen runter. Und zwar auf die Länge von drei. Und dann sieht das schon wieder sehr Clint Eastwood-mäßig aus, wie ich finde. Aber gefällt mir. Jawoll. Frisch und bereit für die Action in der Großstadt. Okay, Bolt. Du bist auch bereit. Du siehst dir immer gut aus. Von dem her, ja. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach von hier unten an. Und arbeiten uns da so hoch. Jetzt schön vorsichtig. Nicht zu schnell. So lebendig. Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gespielt, das so lebendig wirkte. Ich vergleiche es ja immer so mit dem großen Maßstab an Witcher 3. So offene Spielwelten, weil Witcher 3 einfach so vieles richtig gemacht hat. Aber das hier gefällt mir auch richtig gut. Einfach so vom Lebendigkeitsgrad. Oh. 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 Ich helfe den poorchen! Du, Kind, Sir. Kannst du den poorchen helfen? Ich bin nicht so Kind. Ja, du bist, Sir. Du hast es in dir, ich kann es sagen. Ich bin ein grosses Stück von Arbeit, Vater. Du bist falsch, auf zwei Karten, Sir. Ich bin ein Hübscher, ein Penitent Monk, nicht ein Priester, und du bist ein grosses Stück von Arbeit. Du hast vielleicht gemacht, aber welchen von uns nicht? Du hast keine Idee. Aber du machst. Und Gott machst. Und das ist genug für mich und für ihn. Wir werden sehen. Das werden wir, Sir. Aber warum solltest du deine Betten und geben zwei Karten zu den poorchen? Es gibt so viele, die heute Abend kommen. Klar. Bist du, Sir. Wie geht es? Das sind ein paar Apathetik, ich glaube. Mein Mentor sagt, dass die Amerikaner um die Apathetik in Menschen zu verbreiten. Das ist ein wunderschön. Er ist ein wunderschön. Er ist ein wunderschön, dein Mentor. Manchmal ist er ein wunderschön, aber... ... 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 Sklarerei. Das sollen wir uns mal genau anschauen. Ah, da drüben. Ist das die grüne Tür? Okay, dann suchen wir nach Hinweisen. Okay. Okay. Vanity, all is vanity. Also sowas wie alles ist vergebens. Kein gutes Zeichen. Ich find's nett, dass der uns einfach hier durch die ganzen Sachen durchstöbern lässt. Da ist ja alles leer. Na gut, warum sollte da auch was drin sein, ne? Der wird ja seine Sachen wahrscheinlich einzeln verkaufen. Ich dachte zuerst, da steht auch noch was in der Schublade. Oh, was haben wir denn da? Oh, äh, nichts mehr da drüben. Ich bin Angst, nur ein paar alten Bücher, Sir. Etwas, das ist nicht richtig. Sir, was machst du da drüben? Ich bin da drüben. Ich bin da drüben. Ich muss sagen, dass du sehr verrückt bist. Nur was ist das, was du willst? Vielleicht, dass du... Wie solltest du die Tür öffnen? Die Tür? Die Tür öffnen? Die Tür öffnen. Oder ich öffne die Tür öffnen in deinem Kast. Sie haben mir das gemacht. Ich war immer gut mit ihnen, aber sie haben mich, das zu tun, Sir. Ich schwöre. Öffne die Tür. Jetzt! Oh, okay, okay. Ich ziehe das große rechte Buch an die Buchstelle. Es heißt, The Scourge of Crossbreeding by Harold McDougall. Sie haben mir das gemacht, ich schwöre. Ich glaube, der ist gerade abgehauen. Okay. Oh, hello? Shh. Callate, callate. Was ist denn hier los? Hello? Oh, kacke. Por favor, ayúdanos. Help, please. Hör mal mit der Ruhe. Now, don't worry. I'm on your side. Hmm. Who are you? Arthur, befreie sie. Por favor. Arthur, befreie sie. Por favor. Hör mal mit der Ruhe. Alles okay bei euch? Grazie, senor. Muchas gracias. Komm mit mir. Don't worry. You're gonna be all right now. I promise. That's it. Come on. Hmm. You'll be safe soon. Here. Take that. And come with me. I know someone who can help you. Yeah, das war doch mal eine richtig gute Tat. This way. Not much farther. Poor bastards. Who is this man? I don't know. We're free. If that's what matters. We have to trust in him. We have to trust in him. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Glad to see you again, sir. Brother. Brother Dorkin's friend. Arthur. Arthur Morgan. Come on. You arrived. I found these two imprisoned in that shop. Oh my. That's... Well, they are blessed to have met you, Arthur. Trust me in that. They're very unusual. I don't think they speak much English. My brothers. Come. Let's go get something to eat. Manger. Comida, please. Hey, you forgot this? Oh. Yes. Thank you. I... Here. Payment. For your services. I could not have freed these men myself. Ach, jetzt. Behalte das. Give it to the poor, brother. Thank you. I will. Like I said, magnificent. Come on. Come, come, come. Come see me again sometime. I often work at the old church on Gasper Street in St. Francis. Gasper Street. Bruder Dorkins. Okay. Come on now, boy. Können wir uns auch merken? Da ist auch wieder irgendwas auf der Karte aufgeplippt. Äh. Ah. Leopold Strauss. Natürlich in unserem neuen Camp. Und Marybeth hat auch eine Mission für uns. Vielleicht sollten wir uns dem dann auch noch vorher widmen, bevor wir zu Dutch gehen. Oh. Und unsere andere fremde Person ist hier gleich um die nächste Straßenecke. Ja. Ja, ist ja gut. Straßenbahn. Ist das cool. Oh, so ein richtig runtergekommener kleiner Schuppen. Schöne Atmosphäre. Sehr cool. Das gefällt mir. Schöne Atmosphäre. Ja. Was willst du? Brandy. Zwei Brandy, Bart. Es ist zwei Dollar ein Glas. Oh, besser wäre gut dann. Es ist das Beste. Oh. Danke. Santé. Das ist ziemlich ein Land du hier gebaut. Oh. Ich persönlich? Ich weiß nicht. Was machst du? Ich weiß nicht. Was machst du? Ich weiß nicht. Was machst du? Wie sehr amerikaner von dir. Ich liebe es. Was machst du? Oh, ich mache. Ich füge, ich schreie, ich schreie. Ich schreie. Wie sehr Freund. Ich weiß. Ich bin schrecklich. Ich bin überall auf der Welt. Ich habe gesehen die Zeit. Und ich habe herausgefunden, die eine eternal Wahrheit. Ich bin ein Paeson. Wie sagst du? All Ass. Asshole? Das auch. Das auch. Das auch. Well, at least du hast etwas Selbst-Knowledge. Wo warst du auf deinem Weg? All das civilisierte Welt. Ich schreie meine kleine Bilder, meeting die locals, you know. Du schreie? Nein. Ich bin ein whole Ass. Ich dachte, wir haben das gemacht. Aber du schreie. Ja, ja. Aber du schreie. Nicht in den Salons in Paris. Nein. In dem ich nicht schreie, ich kann nicht schreie, ich kann nicht schreie, und ich sollte weggehen. Und so, ich gehe. Du schreie, Paris? Hm. Das schreie, schreie, mit alten Bildern, und schreie, und schreie, und französische Menschen. Ich habe das hier. Ich denke so. Du kennst... Arthur. Charles. Du kennst, Arthur? Ich glaube nicht in der Kunst. Es sind lief. Ich glaube in Frauen. Sie sind die Wahrheit. Die Wahrheit ist lief. Aber die Vagina, das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Wenn du so. Ich glaube nicht. Ich habe beide versucht. Eine ist besser. Much besser. Hmm. So, ich muss dich verabschieden. Aber hier. Was ist das? Es ist nur ein kleines Schreie. Entweder nicht wertvolles, ohne dass du dich schreie mit dem Boden wirst. Aber ich wollte dir danke für die Geheimnisse. Das ist sehr nett, Charles. Es ist egal. Schön, zu sehen. Ein heruntergekommener französischer Künstler. Ja. Okay. Vielleicht wird es ja irgendwann mal richtig viel wert sein. Und dann haben wir unsere 2 Dollar gerade gut investiert. Interessant, was es hier so für Menschen gibt. Okay. Und unsere nächste Person ist dann gleich da drüben. Dann schauen wir mal. Ja. Oh. Nicht vorbeireiten. Oh. Ein Wissenschaftler? Was? Haha. Hör, ein bisschen weissere Frage. Aber... Weißt du, woher ich etwas Moonshine finden könnte? Was? Moonshine. Nein. Starker Lücher. Überstrenger. Wow. Willst du überdrunken? Nein. Nein. Es ist nicht von trinken. Was ist es für? Ich brauche nur etwas. Na gut. Wie Glück würde es haben. Du bist in der legalen Hootskapital der Amerika. Und da ist vieles von realen Boots hier. Aber für Schein, ich denke, du musst nach den Wurzeln gehen. Ich meine, ich weiß, du musst nach den Wurzeln gehen. Ich meine, ich weiß, du musst nach den Wurzeln gehen. Ich muss nicht so viel. Wie viel? Über 100 gallons. Of Schein? Ja, da, über. Warum? Oh, okay, ich versuche. Ich stelle eine Maschine. Eine Maschine von Liebe. 100 gallons von Hootsch und Liebe wird ziemlich hoch. Bitte, Freund. Und... Okay? Just, just, just bring it here. Sporko Kano's? Well, if anyone knows who's moving that kind of shine, it'll be that stagecoach guy in Rhodes. Oh, müssen wir zu Alden zurück nach Rhodes reiten? Oh boy, oh boy, das ist ganz schön weit weg. Oh, und ich sehe, dass wir da noch ja auch noch den Steckbrief offen haben, also die Kopfgeldjagd. Das macht aber eigentlich keinen Sinn, jetzt da noch irgendwie eine Kopfgeldjagd zu machen. Wenn da noch die Greys... Na gut, ich glaube, wir haben alle niedergeschossen. Vielleicht ist da jetzt ein anderer Sheriff am Start. Vielleicht kennen die uns schon nicht mehr, aber... Uiuiui. Uiuiui. Na gut. Dann schauen wir mal kurz, was Alden zu der ganzen Sache zu sagen hat. Und reiten zurück nach Rhodes. Also irgendwie immer, sobald wir umziehen, haben wir irgendwie eine Mission, die uns zurück in das alte Gebiet führt. Das macht mich schon ein bisschen nervös. Aber wollen mal sehen. Oh, du brauchst auch mal wieder was zu essen. Und gestriegelt musst du auch werden. Oh Gott, was ist denn mit dem passiert? Ok, ok, vorsichtig! Please, mach etwas, ich schaue dir Hilfe, bleibst dir in Richtung. Ok, ok. Ok. Ok, klaren Änderung. Wir retten den guten Mann hier. Oh Gott, vorsichtig! Oh Gott, Bolt, hier ist ein Haferplätzchen, mein Junge, und bring uns schnell zum Arzt. Vorsichtig, ja, viel Gott. Aus dem Weg. Was ist der Eingang? Oh Gott, oh Gott, schnell, bring ihn hier rein. Oh, er ist erst durch die Tür gegangen. Alles klar. Oh Gott. 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 Oh Gott, ich will das nicht sehen. Ach, du Kacke. Ach, du Kacke. Oh, eklig. Was hat der gemacht? Ist da irgendwas an seinem Arm explodiert? Ich weiß nicht, wenn wir jetzt noch mal in Rhodes ankommen, ob wir uns dann um das Kopf gilt. Und ich würde die eigentlich schon gerne alle mitnehmen. So wie ich das in der Companion App gesehen habe, hier ist noch eine fremde Person. Ja, komm, sprechen wir auch noch mit der Person hier erstmal und reiten dann nach Rhodes. Einfach nur, weil ich nicht weiß, ob die vielleicht zu unterschiedlichen Uhrzeiten auch wieder weg sind. Und wenn wir schon mal da sind. Ich habe das Gefühl, die wird irgendwo hier sein. Hallo, Herr. Ja, ich glaube, die ist soeben, dass der das gewesen ist, aber jetzt ist er gerade abgehauen. Okay. Interessant. Oh, ich glaube, in Saint-Denis werden wir noch sehr viel zu erledigen haben. Ja, also wie gesagt, in der Companion App habe ich gesehen, dass es, glaube ich, nur fünf unterschiedliche Kopfgelder oder sowas gibt. Also im ersten Red Dead Redemption waren die alle, glaube ich, zufallsgeneriert und dann musstest du einfach nur eine Person in einem bestimmten Gebiet finden. Aber hier gibt es ja so kleine Geschichten. Hatten wir auch gesehen in Valentine am Anfang mit diesem Apotheker. Vielleicht, wenn wir in Rhodes sind, machen wir einfach noch das, damit wir die alle mitmachen. Und dann irgendwann hier in Saint-Denis dann auch die nächste. Wobei es rein storytechnisch keinen Sinn macht. Erst die Stadt niederschießen und dann dort plötzlich als Kopfgeldjäger auftauchen. Gerade, wenn man da abgehauen ist. Ah ja. Schöner Sonnenuntergang. Da setzt auch schon gleich die Musik ein. Hey, Mr. That's one nice looking horse you got there. How about we see how fast it is? First one of Catfish Jacksons. Na, danke. Tja, wolltet ihr uns gleich noch zum Rennen herausfordern? Also, heute gibt es wirklich eine Ablenkung nach der anderen. Oh, das da unten ist, das anwesende Grace. Und da wären wir auch schon wieder. Oh, hier haben wir einen Kopfgeldraum. 50 Dollar. Das ist so ein lustiges Instrument. Ja, dann sprechen wir mal mit Alden. Good evening, sir. Glad you dropped in. I've got that information you asked for. Good evening. Erstmal Kopfgeld wegmachen. New Hanover 175. Erstmal weg mit dem ganzen Kopfgeld. Vielen Dank. Was steht denn hier? Hinweis für Kutschenüberfall. Brücke in der Bluewater Marsh nördlich von Saint-Denis. Achten Sie auf einen Wagen Richtung Süden. Sollte viele Flaschen mit Schwarzgebrannten geladen haben. Fahren Sie vorsichtig damit. Oh, oh, oh. Das klingt ja auch super. Das ist schon Nacht. Passt vielleicht ganz gut. Und ich habe mich entschieden, wir werden diese... Die Kopfgelddeaktien nicht machen, weil es einfach... Einfach keinen Sinn... Oh. Hier ist auch noch eine fremde Person. Ja, es macht einfach keinen Sinn, hier in die Stadt zu reiten. Rein storytechnisch und plötzlich Kopfgeldjäger zu spielen. Führt euch zu einem anderen Zeitpunkt. Was ist denn hier los? Oh Gott, was machen die Zweite denn da? Hey. Sträflinge? Oh Gott. What you fools up to? It's Mr. Black's fault. His fault, the darky white. Well, I don't know why they call him that. Look at him. Don't you start now. I'll knock the color clean off you. Come on. And I'll tell you, you lily livid. Enough. Huh. You two fools look like you've just run off a chain gang. Yeah, one of it. What are you doing, starving? They got bounty posters for us all over town. And we can't go into town to get supplies. Say, mister, maybe you can do us fools a favor. We ain't bad guys at all. He's okay, even for a darky. Shut up, you pasty-faced streak of piss. Yeah, I had it up to here with you. Enough. Do you a goddamn favor of what you want. Maybe you can go into town and take down them wanted posters of us. Okay. Maybe meet us back at the campfire in the woods and tell us how you did. Maybe bring us a little bite to eat. Don't push your luck. Nice fella. Yeah, you love nice fellas. Don't you start up again. Shut up. You shut up. Nimm die Steckbriefe in Rhodes ab, um die Kopfgeldjäger davon abzuhalten, nach Mr. Blake und Mr. White zu suchen. Ja, genial. Also macht es gleich dreimal. Kein Sinn mehr. Jetzt noch Kopfgeldjäger zu spielen, wenn wir welchen helfen. Und wir wissen ja, dass es hier in... Ein Anschlagbrett gibt in Rhodes. Genau. Das hier müsste der Steckbrief sein. Mr. Black und Mr. White. Sehr... Ich finde das sehr schön, dass rein von der Hautfarbe die Namen verdreht sind. Das gefällt mir. Dann pack mir das schon mal weg. Das war nochmal eins von fünf. Rein aus dem Online-Spiel weiß ich, dass wir drüben beim Sheriff noch ein weiteres Anschlagbrett haben. Das müsste hier irgendwo sein. Das machen die da oben links. Ich glaube, der Typ da oben hat gerade den einen erschossen. Gut, das hat den schon mal abgelenkt. Habt ihr das bemerkt? Da oben hat der Gunsmith irgendwie... Oder irgendjemand hat sich einen neuen Revolver gekauft, den ein bisschen rumgefuchtelt und dann seinen Kollegen erschossen. Schnell weg hier. Nicht, dass die denken, dass wir das waren, weil wir hier rumstehen. Das war's. Das war's. Wir suchen uns ein paar escapees. Wir haben posten all over der Stadt, wenn Sie helfen. Gossip, gossip, gossip. Mr. Lawman. Wir haben posten all over der Stadt. Aber der Darkie hat einen weißen Mann. also scheint neuer sheriff zu sein wir uns nicht mehr kennt das ist gut vielleicht noch irgendwo an der bar eine katze toll jetzt reitet er mit dem ding weg wo ich bräuchte dich mal hier werdet ihr mal verfolgen schon mein junge steckst du da hinten ich habe einen plan aber davon ist keiner sehen komm mal mit kollege perfekt nur bewusstlos geschlagen aber das hat doch gut funktioniert damit haben wir alle steckbriefe so wo befinden die sich jetzt ich hab mal wieder daran wo wir sie getroffen haben gut dass wir das nicht tagsüber gemacht haben weil ich denke da wäre die straße hier etwas belebter gewesen das wahrscheinlich nicht so leicht zu machen dann haben die da hinten in lage aufgeschlagen das sind das andere leute nein das sind die so hey friend hello i was in town pretty hot there's quite a price on you boys it is so unfair i didn't do not was a murder was a murder was self-defense you kill the farmer firstly i would have but he died before i couldn't secondly well he had it coming he i don't like to say well was gab es dafür gab es da irgendwie positive ehre jetzt oder gar nichts was reden die noch sehr lustig die zwei ok ja dann würde ich schon fast sagen soll es das erstmal wieder für diese folge gewesen sein wir sind ein bisschen aussehende nie wieder rausgekommen und machen ein paar nebenaufgaben für die fremden personen die wir getroffen haben von denen es in dieser folge ganz schön viele waren und dann würde ich einfach sagen sehen wir uns in der nächsten folge bis dann leute macht's gut ciao und 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 und